Mein Name ist Elke Döhl, ich arbeite für die Firma Filter & Tank hier in Wolken. Unsere Innovation ist ein mehrstufiges Filtersystem mit dem Namen AmphiCup, das dem Kunden außer der Filterung von Raumluft natürlich noch einen Werbe bietet. Das Filtersystem besteht aus einem Elektrofilter, der ein Hauptteil der Partikel abscheidet, UV-Lampen, die die Viren, Bakterien und Keime eliminieren sollen, einem Aktivkohlefilter, der gasförmigische Schadstoffe und Gerüche abscheidet und zusätzlich am Ende einem HEPA14-Filter, der die Abscheiderate von 99,95 Prozent gewährleistet. Wir bieten unserem Kunden einen Mehrwert, der zurzeit auf dem Markt so noch nicht verfügbar ist. Das ist die äußere Gestaltung. Die Wechselpaneele unseres Systems lassen eine sehr flexible Gestaltung des Filters zu, sodass er sich perfekt in das Innendesign von Räumen integriert und zusätzlich durch die Einbindung von Digital Signage und Werbung einen extremen Mehrwert für die Kunden bietet. Danken möchte ich vor allen Dingen unseren beiden Partnern, der Firma Vierhaus und Gear7, die diese Reise, die wir genommen haben, für die Entwicklung des Produkts maßgeblich begleitet haben und wirklich viele neue Impulse gesetzt haben. Und dann natürlich auch allen Mitarbeitern der Firma FiltronTech, die mit viel Engagement die Entwicklung unterstützt haben und uns zu dem Stand gebracht hat, bei dem wir heute sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.